Spectral Klar 565 ist ein schnell trocknender VHS Klarlack mit ausgezeichnetem Glanz. Das Produkt wird mit dem Hertha H6115 im Verhältnis 2 zu 1 vermischt. Die Topfzeit der Mischung beträgt 30 Minuten. Der Lack wird mittels Sprühpistole mit einer Düse mit 1,2 bis 1,4 mm Durchmesser in eineinhalbfacher Schicht aufgetragen. Die erste Schicht ist dünn, geschlossen und abgelüftet, die zweite ist voll. Die Ablüftzeit zwischen den Schichten liegt bei 5 bis 10 Minuten. Der Lack weist sehr gute Verlaufseigenschaften auf, wodurch sich die Struktur der Werkslackierung leicht nachbilden lässt. Dank einer langen Offenheit des Lacks Klar 565 ist es möglich, große Oberflächen und ganze Autos zu lackieren. Bei der Trocknung der Elemente bei 60 Grad Celsius erreicht der Lack seine Gebrauchshärte schon nach 15 Minuten. Nach sehr kurzer Aushärtezeit erhalten wir als Ergebnis eine Beschichtung mit ausgezeichnetem Glanz, hoher Härte und UV-Beständigkeit. Spectral – Technik zur Erhöhung der Effizienz von Werkstätten, die für hervorragende Resultate sorgen.